Willkommen zu Teil 2. Ersteinrichtung, Melko-Server, Hardening in Hetzner und was nicht alles. Das ist Teil 2. Guckt erst Teil 1. Viel wichtiger. So, wir setzen genau da an, wo wir gerade aufgehört haben. Du hast das Video hoffentlich gerade gesehen, sonst bringt dir das hier nichts. Also, wir sind in dem Zustand Docker installiert, Melko hier auf die Kiste draufgeklont, im Ordner Opt-Melko-Dockerized und, 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 und. Und wir haben gerade eben mit der Generate-Config unsere Erstkonfiguration ganz normal erstellt. Und die führen wir jetzt erstmal aus, beziehungsweise gucken uns an und passen die wirklich auf unsere Belange, wie wir es haben wollen, oder auf deine Belange, wie wir es haben wollen, ganz normal an. Also, wir gehen da rein. Ich hoffe, ihr könnt auch alles wunderbar lesen. Und wir gehen da jetzt wirklich, auch wenn es für euch vielleicht lästig ist, einmal Step für Step durch. Gut. Als allererstes, das steht doch überall, wenn man sich irgendwann einloggen möchte. Das kommt dann jetzt gleich irgendwann so in einer Viertelstunde. Wir beginnen ein Leben unserer Zeit. Standardbenutzer, Admin, Passwort, Default-Passwort ist, Moho steht hier. Als allererstes, und das ist deswegen, steht auch als allererstes, und ich erzähle es euch tausendmal, ist mir egal, bis ihr das kapiert. Der Hostname ist ultra wichtig. Und der ist in dem Falle mail.abi-cloud.de. Für die, die das Video vorhin wirklich nicht gesehen haben, das ist der PTR-Record. Der muss richtig sein. Gott. Mail-Core-Pass-Scheme. Ja, es gibt schon immer irgendwelche anderen Passwortmöglichkeiten, um die irgendwie in der Datenbank abzulegen. Keine Ahnung. Ich nutze jetzt hier BLF-Crypt. Alter, keine Ahnung. Gut. DB-Name, DB-User. Klar, natürlich. Der Mail-Core braucht eben eine Datenbank. Der generiert hier selber ein Passwort und nimmt halt eben DB-Name und DB-User Mail-Core. Für die, die ganz auf Nummer sicher gehen wollen, die ändern das natürlich direkt bitte. Das Ganze übernimmt sich dann natürlich automatisch. Ändert es bitte in irgendwas anderes. Wer möchte, kann das gerne tun. Und nicht so wie ich veröffentliche, bitte nicht hier im Internet euer DB-Passwort von eurem Mail-Core-Server. Wäre vielleicht irgendwie ganz nett. Gut. Dann als nächstes kommt hier der Punkt mit den Ports. Wer möchte, kann gerne sein Mail-Core, sein Web-Mail auf einem anderen Port als 80 und 443 mit Umleitung und Tralala Bumsdi. Kann das halt eben gerne hier ändern und kann hier wirklich jetzt einfach andere Ports nehmen. Einfach halber lasse ich das jetzt hier stehen mit Port 80, 443. Ich glaube, ich würde es auch normalerweise so stehen lassen, weil ab dem Zeitpunkt kommt sowieso nachher Fail-to-Bun. Wenn mich irgendeiner bumsen will, kommt halt eben Netfilter oder Fail-to-Bun. Dann, auch das sind auch Themen, die irgendwann später drankommen, kommen halt eben dann noch und sagen halt eben nach dem dritten Login. Tschüss, Kollege, verpiss dich, du bist jetzt erstmal gesperrt. Ich lasse das also auf Port 80, 443 einfach mal hier stehen. So, weiter geht's. Jetzt kann man hier die ganzen Ports noch, wenn man unbedingt will, einstellen für die ganzen Dienste. IMA, Port, Tralala. Wir wollen natürlich alles, das Standard bleibt. Deswegen bleibt das alles auch so stehen. Wer unbedingt möchte, kann das natürlich irgendwie ändern. Aber sinnig, zum Beispiel den SMTP-Port zu ändern, ist es irgendwie nicht. Gut, lassen wir also alles so stehen. Hier kommt nochmal Timezone, Compose-Project-Name. Der Compose-Project-Name ist Docker. Es stellt ja mit Compose einen Stack sozusagen, wo viele Container drin sind. Und das ist der übergeordnete Name von dem Ganzen. Mail-Code-Dockerized ist in Ordnung. Ey, es ist nachher sowieso eine Blackbox für mich. Da läuft Mail-Code drin. Was interessiert mich der Project-Name? Interessiert mich nicht so wirklich. Gut, ACL-Anyone-Disallow kann ich euch gerade nicht auswendig sagen. Muss ich überspringen. Tut mir leid. Mail-Dier-GC-Time. Das ist Garbage-Time. Ich habe jetzt gerade nicht gelesen, aber das ist die Garbage-Time. Das heißt, wenn ihr irgendwas löscht, irgendetwas verändert, Mailboxen löscht, wird das Ganze erstmal in eine Art Papierkorb gebracht. Und dann wird das Ganze halt eben in Minuten, steht hier glaube ich, Value in Minuten, so lange im Papierkorb vorbehalten. Das heißt, wenn irgendein Vollidiot von euch irgendwas löscht, ist das nicht sofort weg, sondern erstmal noch in einem Papierkorb drin. Und erst, wenn ich das hier richtig sehe, 7200 Minuten, sind glaube ich zwei Tage oder so, wird das erstmal im Papierkorb vorbehalten. Das heißt, das kann man nochmal wiederholen, falls man irgendwas als Vollidiot gelöscht hat. Kann man das irgendwie nochmal wiederholen und dann einfach nochmal hervorbringen. Oder nach zwei Tagen ist es halt eben weg. Gut. Additional Sahn. Also hier kann man zum Beispiel noch weitere Namen hinzufügen. Hier geht es schon in Richtung Zertifikate. Manche wollen halt gerne haben, dass man für IMAP oder SMTP eigenen Namen hat. Also wenn ihr in eurem Mail-Client nachher eintragen wollt, nicht mail.eurerdomäne.de oder EU oder net oder com ist ja eigentlich auch egal, sondern halt eben irgendwie IMAP. Also dass man halt einen zweiten Namen hat. Mit anderen Adressen kann man das hier unter Additional Sahn, so nennt sich das, eintragen. Ja, wer möchte, kann das halt eben tun. Aber wie gesagt, ist halt eben schon spezial. Ich lasse es weg. Alles soll über mail.api-cloud.de laufen. Skip Let's Encrypt. Nein, natürlich nicht. Das ist das, was ich gerne nutzen will. Ich bin ein armer Schlucker. Ich kann mir keine original super teuren Zertifikate leisten. Ich möchte gerne die Let's Encrypt-Zertifikate nutzen. Deswegen hier Skip Let's Encrypt. Auf gar keinen Fall. Ich will Let's Encrypt benutzen. S-Enable, S-S-L-S-N-I. Das ist, glaube ich, schon für größere Umgebung. Hier steht auch Syswell-Low-Eading-More-100-Domains. Da geht es halt wirklich darum, dass ich mit mehreren Domains noch mehrere Clients und S-N-E-Client-Support aktiviere. Für mich unerheblich. Ich habe hier meine 1, 2, 3 E-Mails völlig Latte. Brauche ich also nicht. Skip IP44-Check in ACME. Nein, warum denn? Mach ruhig mal alles Verification. Skip HTTP-Verification. CP-Verification, nein, mach auch mal. Ich habe hier HTTTP-Verei gegeben. Und jetzt kommen wir schon zum ersten kleinen Punkt, der vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte. Clam-AV wird hier abgefragt. Also der sogenannte Antivirus. Und R-Spam den wie Auto-Detect-Missing-Clam-AV-Container. Wir gehen hier drüber, Clam-AV nicht zu betreiben. Clam-AV ist der Antivirus. Was ist davon die Sache? Warum fragen wir das ab? Clam-AV kann man deaktivieren, weil es recht rammenhungrig ist. Also ihr müsst sagen, ungefähr ein Gig, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, wenn man Clam-AV drin hat. Ich habe euch ja gezeigt. Ich habe hier eine 4-Gig-Maschine. Ist meine Latte. Ich installiere da trotzdem mit, weil es funktioniert nämlich trotz alledem. Also, wer möchte, kann auch Antivirus abschalten. Wer zum Beispiel vorne vor ein Proxmox Mail-Gateway schalten will, was sowieso Antivirus macht im Endeffekt, kann das hier abschalten und brauche es halt eben hier nicht doppelt gemoppelt zu betreiben. Denn als Proxmox Mail-Gateway kann es ja vornherum abfangen und wenn man halt eben unbedingt sicher sein will, dass von innen nicht Antivirus gemacht wird, könnte das ja auch gehen. Aber man kann es ja auch über den Proxmox Mail-Gateway rausschieben. Dann braucht man sich hier sowieso nicht die riesengroße Mühe machen. Dann muss man sowieso ganz anders arbeiten. Eigentlich. Aber, das war der Punkt dazu. Skip Sogo? Nein, auf gar keinen Fall. Ich will meinen Webmail-Client haben. Also, nein, will ich nicht skippen. Solar. Eine Indexierung. Skip Solar on Low Memory Systems. Also, hier sagen sie auch, Solar ist ein Indexierungsdienst für deine ganzen E-Mails und Kalendereinträge. Also, wenn ihr irgendwie mal auf eurem Handy, in eurem Outlook-Client nach einer E-Mail sucht, ist Solar bereits im Hintergrund hingegangen und hat eure ganzen E-Mails so ein bisschen indexiert und hat einen Index drüber gelegt. Das heißt, ihr könnt viel schneller nach Inhalten irgendwie suchen. Das heißt, wenn ihr sogar in einer E-Mail innerhalb des Textes nach irgendeiner Scheiße sucht, geht das deutlich schneller, wenn ihr Solar mit da drin habt. Ich glaube, man spricht Solar aus. Denn der hat das Ganze halt eben indexiert und gibt euch viel schneller dann die Treffer zurück. Das integriert sich halt eben in Mailcode komplett automatisch rein. Gut, hier kann man noch eine Größe von Solar angeben. Allow Admin E-Mail Login. Nee, will ich eigentlich nicht, weil ich hätte ganz gerne einfach benutzt, dann haben wir Passwort. Use Watchdog. Auf jeden Fall will ich Watchdog haben. Watchdog überwacht mir halt eben wirklich meine Umgebung so ein bisschen. Das heißt, passiert irgendetwas mit meinem Mail-Server? Irgendwas fällt aus? Ein Docker-Container will nicht mehr? Oder was auch immer? Oder notifiziere mich, wenn ich irgendwie IP-Adressen mal wieder banne, oder wenn ich irgendwie voll gespanned werde von irgendwelchen DDoS-Attacken auf meinen Mail-Server, dann notifiziere mich doch bitte. Und Watchdog schickt mir dann eine E-Mail auf dein Handy oder auf deinen E-Mail-Client, wo auch immer hin. Bestenfalls natürlich irgendwo anders hin. Nicht auf deinen eigenen Mail-Server, weil der ist ja vielleicht auch gar nicht erreichbar. Deswegen wäre es eigentlich sinnvoll, hier eine andere E-Mail-Adresse einzutragen, die halt eben weg von deinem Mail-Server ist. Rein theoretisch. In meinem Fall jetzt, keine Ahnung, kann ich ja einfach mal machen. Ich sage jetzt hier mal Monitoring auf eine andere Domäne, nicht API-Cloud. In dem Fall nehmen wir jetzt einfach mal meine Domäne, schruderdennis.de. Und dann sagen wir hier Watchdog Notify Bann, will ich nämlich auch gerne haben. Das heißt, wenn irgendwelche IP-Adressen gebannt werden, notifiziere mich mal. Keine Sorge, ihr könnt das auch nachträglich abschalten, wenn euch dann auf den Sack geht. So, Watchdog Subject trage ich mir jetzt mal ein. Ich trage jetzt hier mal ein Mail-Code, will mir, nein, machen wir nicht. Kannst du auch natürlich ganz kuriose Sachen hinschreiben. Ich mache mal Anführungszeichen hin, das ist ja bestimmt deutlicher. Mail-Code Doppelpunkt. Und das ist einfach nur, was steht in der Betreffzeile drin, wenn Watchdog mir was schicken soll. Damit kann ich dann vielleicht direkt ein automatisches E-Mail-Filtering machen, dass diese ganzen Watchdog-Nachrichten in irgendeinen Ordner kommen. So, gehen wir weiter. Watchdog External Checks No. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, was es ist. Ach so, Open Relay. Egal, ich überspringe es mal, müsst ihr selber nachgucken. Weiß ich gerade nicht auswendig. Man kann nicht alles wissen. Watchdog Verbose Logging? Nein, so viel brauche ich nicht. Loglines maximal 9.999 reicht mir auch aus. IPv4 Network. Auch das hatte mich so ein bisschen geärgert. Das ist irgendwie das interne Netzwerk von Docker. Docker kann ja interne Netzwerke bauen, was aber auch schon irgendwie intern so ein bisschen verwurstelt ist in diesem Docker-YAML-File. Also darüber kommunizieren intern die Docker-Container untereinander. Das meint dieses Netzwerk. Das kann man halt eben ändern, wenn man in super krassen Umgebungen unterwegs ist, wo man die IP-Adressen wirklich selber anpassen muss. Dann muss man aber auch das Docker-YAML-File anfassen, was hier drin steht. Da muss man nämlich matchen. Wir lassen das jetzt hier so stehen. Sonst haben wir halt eben wirklich Riesenprobleme. Gut, SNAT und sonst wat, wenn man wirklich dazu verwenden will, eine andere IP-Adresse soll der Mail-Server noch senden. Wir machen es ja einfach, wollen wir nicht. Also das heißt, es gibt eine zweite und eine dritte IP-Adresse, worüber der Mail-Server sendet. Das könnte man da über SNAT machen. API-Key brauchen wir alles nicht, interessiert uns gar nicht. Sub-Deal, Mail-Deal brauchen wir alles gar nicht. Sogo-Expire-Session heißt, wie lange soll sich ein Benutzer im Webmail eingeloggt bleiben, bis er halt eben rausgeschmissen wird. Kann man hier, wenn man will, einstellen, irgendwie, hier steht jetzt 480 Minuten, keine Ahnung, was sind da, 6 Stunden oder so? Ne, 8 Stunden sind dort. Ist mir eigentlich auch ziemlich egal. So, DoveCourt, Masterpass und so, können wir alles erstmal weglassen. Acme-Contact, das trage ich gerne mal ein. Da trage ich jetzt mal ein, irgendwie ACME, Erklärung. ACME ist Zertifikat Let's Encrypt. Und ja, man erstellt heimlich eigentlich beim Erstellen von Let's Encrypt-Zertifikaten da einen Account, wenn man so möchte. Und bekommt man so E-Mails mit, mit deinem Zertifikat läuft jetzt aus und was nicht alles, bekommt man dann auf diese E-Mail-Adresse weitergeleitet. Ich trage das mal hier ein, ACME API Cloud.de. Also ACME, ich weiß gar nicht, was dann ausgeschrieben heißt, ACME, keine Ahnung, ist auf jeden Fall die Abkürzung. Was heißt denn das? Ah, egal. Ähm, dahin kriege ich auf jeden Fall ein E-Mail, wenn irgendetwas mit meinen Zertifikaten sein sollte, wenn die irgendwie ablaufen oder sonst was. Web-Orton-Only-Trusted-Vendors, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, irgendwas noch eine zusätzliche Sicherheit von irgendwelchen vertrauten Vendors, keine Ahnung, lassen wir erstmal weg, muss ich jetzt gerade passen. Gut, ihr seht, Datei Ende. Datei, speichern, Sache erledigt. Mehr muss ich jetzt erstmal gar nicht tun. Ich habe euch ja gesagt, eben schon im ersten Video, man könnte jetzt, und das ist eher für die Profis, für die, die jetzt Ganze hier so weitergehen, man kann auch nochmal so ein paar Sachen in dem Docker Compose einstellen. Das ist schon sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen kompliziert, aber das ist schon sehr, sehr filigran. Hier kann man wirklich sagen, welche Ports mit welchen Versionen und was nicht alles startet denn hier überhaupt, Mail.co und so weiter. Da könnte man noch ein paar super Feinheiten einstellen, aber alles für dieses Video hier viel zu viel. Ich lasse das einfach alles so stehen. Also nochmal, wir haben nur die Mail.co.conf angefasst, nachdem wir hier Generate Config vorhin gesagt haben und das war's. Und da sind wir jetzt ja wirklich eins zu eins durchgegangen. Gut, Step 3 erledigt. Step 4 ganz normal erledigt. Viel Blabla haben wir ja alles schon gemacht. Blockport 25, Blabla. MTU not 1500 interessiert uns alles nicht. Hier zum Beispiel OpenStack, alles hat mit euch alles nichts zu tun. Ja, dann geht's ja nochmal unten mit User IPv6. Ganz ehrlich, für Mail-Server, ja, braucht man, braucht man, ist noch so ein bisschen Mail-Server, ist noch so ein bisschen weiter weg mit IPv6. Funktioniert tadellos, keine Frage. Aber man kann halt eben auch IPv6 halt eben irgendwie darauf schon enablen, wenn man möchte. Ich lasse das Ganze jetzt erstmal hier weg, der einfach halber. Wenn wir wirklich Bock haben, können wir das nachher gerne nachträglich aktivieren, dann funktioniert der Mail-Server auch auf IPv6-Basis. So, das war's. Jetzt können wir schon wirklich sagen, Docker-Compose-Pull, füllen wir ein. Jetzt passiert erstmal nichts anderes, dass der sich natürlich die Docker, das Docker-Compose-YAML nimmt, da reinguckt, was soll denn alles installiert werden. Und das macht er jetzt hier auch. Er lädt jetzt erstmal alle Docker-Files, also die lädt er nicht runter, die haben wir ja eben schon runtergeladen. Die zieht er sich jetzt auf jeden Fall hier rein und entpackt die und start... Entschuldigung, entpackt die einfach nur und hinterlegt die. Entschuldigung, das macht das Docker-Compose-Pull. Das heißt, der zieht sich die jetzt alle, entpackt die und legt die erstmal bei uns hier auf dem System jetzt mit ihren aktuellen Versionen, die in dem Docker-Compose-File hinterlegt waren, erstmal ab. Ich kopiere es mir schon mal. Docker-Compose-Up-D, damit jetzt gleich alles startet. Wir warten eine Sekunde, bis das hier fertig ist. Keine Minute später sind wir hier fertig. Ich habe den Befehl hier eben schon kopiert. Docker-Compose-Up-D. Bumm. Wir starten die ganze Scheiße. Alle Volumes sind ja da. Die hat er jetzt gerade hier created. Und jetzt created er gerade wirklich die ganzen Docker-Container, wo die ganzen Dienste ihr seht. Solar, Redis, Clum-D, also da Antivirus, Unbound, DNS, Sogo fürs Webmail, ACME für Let's Encrypt und so weiter und so weiter. Hat er jetzt alles ausgerollt. Kurzer Quercheck. Docker-PS-A. Zeigt man immer so ein bisschen mit sehr viel Information alle Docker-Container an, die halt eben aktuell laufen. Ich glaube, das würde auch gehen mit einem Docker-Container-LS. Da würde man auch halt eben alles sehen. Aber ich glaube, unter Docker-PSA sieht man nicht, dachte ich jetzt gerade eben, kann man halt eben auch irgendwie die ganzen Ports sehen. Doch hier sieht man sie. Ist so ein bisschen mit Umbruch, weil ich die Schrift so groß habe, damit ihr auch im Video was erkennen könnt. Kann man schon sehen. Überall sind so ein paar Ports offen und so weiter. Also alle Docker-Container haben halt eben ihre eigene Aufgabe. So, hier steht es auch schon. Done. Wunderbar. Now you can access your Mailhost auf mit Admin und Moho mit der und der IP-Adresse. Cool. Mach ich. So, ich kopiere mir hier die IP-Adresse, gehe in meinen Browser und drücke auf Öffnen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wunderbar. Das habe ich erwartet, dass mein Mailcode reagiert. Was haben wir gelernt? Ich glaube, Admin, Moho und anmelden. So, und da sind wir auch schon drin. Standardinstallation, Mailcode läuft. Stand jetzt der Dinge. Ihr könntet jetzt schon E-Mails empfangen, wenn ihr hier unter E-Mail-Setup die erste Domäne konfiguriert und so weiter. Ich möchte mit euch aber jetzt noch einmal so das letzte Hardening machen. Man kann auch Hardening extrem machen. Wir machen jetzt aber erstmal einfaches Hardening noch, was mir nämlich eben noch eingefallen ist, was wir tun sollten. Also, als allererstes sollten wir uns jetzt hier im Mailcode das einmal angucken. Wir haben echt Glück, dass, ich gucke mal, ob man es hier überhaupt irgendwo sehen kann. Ich mache hier einfach mal einen Grab und sage Netfilter. Das Ding, glaube ich. Hier gibt es nämlich einen Docker-Container namens Netfilter. Viele von euch kennen zum Beispiel Fail-to-Bun. Ah, das ist so in etwa das Ähnliche. Ich meine, Netfilter ist ein bisschen fetter, tut aber eigentlich nichts anderes. Und jetzt kommt so der erste Clou dabei. Das findet ihr nämlich unter hier Fail-to-Bun-Parameter. Keine Ahnung. Hier läuft aber irgendwie Netfilter. Egal. Das Ganze wird natürlich hier über die Oberfläche konfiguriert. Da will ich euch zumindest jetzt einmal, damit wir die Installation sauber haben und ein bisschen geschützt sind, einmal kurz durchgehen. Also, wenn irgendjemand gebannt wäre, denn sollte, warum? Aus den Gründen komme ich jetzt gleich zu. Und deswegen ist auch Melkor so geil, weil er uns das direkt hier über die GUI anbietet. Kann man halt eben sagen, wie lange soll jemand weggebannt werden? Da finde ich 1800 Sekunden aber irgendwie deutlich zu wenig. Das ist halt eben, wie ist das? Nur eine halbe Stunde? Nee, halbe Stunde? Sechs mal sechzig? Ja, ist egal. Sagen wir mal 7000 oder 72.000. Länger! Klar, wenn man sich selber aussperrt, ist scheiße. Maximal Versuche 10. Ich finde 10 immer zu viel. 3 ist, glaube ich, gut. Ich mache jetzt mal 5. Wir sind ja auch viele am Testen. Kann auch mal sein, dass ich mich vertippe. Ich habe ja auch eine an der Birne. So, Wiederholungen im Zeitraum. Das heißt nur, wie häufig kann irgendjemand ein Bot kommen und versucht, sich einzuloggen, bis er gebannt wird? Die Bots sind heutzutage relativ schlau. Die kommen dann nur irgendwie im 33-Minuten-Takt und versuchen, sich einzuloggen. als Beispiel. Die Bots sind nicht doof von heutzutage. Deswegen gebe ich euch eigentlich den Tipp, schraubt das Ganze doch einfach mal auf eine Stunde hoch. Das heißt, in einer Stunde darf ich mich jetzt versuchen, 5 Mal falsch einzuloggen. Danach bin ich erstmal 72.000 Sekunden erstmal weg. Netzbereich des Banns für IPv4 und IPv6, das Lash32, ich mache es jetzt einfach, lautet einfach nur, bitte bann mir nur diesen Host, der sich da gerade eben versucht hat, an irgendetwas, die Erklärung kommt jetzt gleich, anzumelden. Lass die ruhig stehen. Für die, die sich auskennen, können das noch größer machen, aber ganz ehrlich, bestpractice slash 32 slash 28. So, jetzt kommen wir hier unten zu einem Regex-Filter und da versteckt sich das erste Wichtige drin, was man vielleicht so gar nicht mit bedacht hätte in der Konfiguration, wie wir es jetzt machen. Grundsätzlich blockt nämlich dieser Net-Filter nur alles das, was er in den Log-Dateien der Container namens Sogo, Postfix, DoveCode und PHP FPM so findet. Also, ich fasse zusammen. Sogo ist unser Web-Mailer. Das heißt, er guckt in die Log-Dateien von unserem Web-Mailer rein, ob sich da versucht, einer wie wild irgendwie einzuloggen und keine Ahnung was. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher das hier davon ist. Da unten, Sogo, Login from, das hier sind Regex-Werte. Das heißt, er guckt in die Log-Dateien von Sogo nach, gibt es da Fehlermeldungen und wenn ja, trackt er das hier ganz normal und bannt dementsprechend halt eben Leute. Das macht er halt eben auch für Postfix, das macht er auch für DoveCode. Das heißt, unsere Mail-Server und unser E-Mail-Postfach-Server namens DoveCode ist halt eben dahingehend geschützt gegen irgendwelche entweigen Spams. So wie auch der Postfix, das ist ja das zentrale wichtige Ding unseres Mail-Servers hier, der ist ja derjenige, der die E-Mails entgegennimmt und der ist auch der, der die E-Mails nachher wegschickt. Nochmal für die, der Postfix ist the Ultraman of the man of the man of the man in the Mail-Co. Postfix, ganz wichtig. Langbewertes Produkt. Gut, und PRP-FPM, das heißt also unser Mail-Co selber, Port 80, Port 443 ist halt eben auch davon so ein bisschen geschützt. Das Einzige, was mich jetzt dabei so ein bisschen gestört hat, ist, das kann halt Mail-Co auch in dem Fall ja nicht machen, unsere SSH-Verbindung, die wir ja hier haben, die könnte auch immer noch penetriert werden. Die kann man natürlich nachher, wenn man möchte, auch einfach, was natürlich bestenfalls ist, einfach hier über die DNS-Firewall, was wir auch im ersten Video ja schon hatten, einfach irgendwann nachträglich abschalten, dann kommt man auch einfach per SSH einfach auf die Kiste nicht mehr drauf, aber wenn man mal unterwegs ist, Troubleshooten, ja, dafür gibt's auch Lösungen, könnte man die halt eben dann immer noch offen lassen. Für die, die es jetzt eben ganz hart wollen, ich mach's jetzt einfach mal, installiere ich jetzt direkt auf der Kiste noch ein Fail-to-Bun, weil das ist am einfachsten, geht am schnellsten und brauche auch keine viele Erklärungen, einfach Fail-to-Bun installieren, damit habe ich zumindest mein Port 22 soweit erstmal geschützt. Ich weiß gar nicht, wie das war, Fail-to-Bun, Klein-Status glaube ich, da steht jetzt auch direkt als Standard die Liste SSHD drin, die Jail-List SSHD. Damit könnte ich ganz normal jetzt sehen, was ist denn von SSH irgendwie gebannt, ne, also was wird da halt gebannt. Mehr musst du auch nicht machen, Standard startet auch automatisch, einfach installieren, falls du SSH offen haben willst, ist ein Tipp. Ich zeige euch jetzt nicht, wie man hier Fail-to-Bun super Hardcore-Konfiguration macht, das können wir irgendwann mal machen. Damit haben wir jetzt die Grundzüge erstmal alle fertig. Wir haben MailCore jetzt erstmal standardgemäß installiert, wir können noch schön brav sehen unter System Information, wenn er denn lädt, hier, alle unsere Dienste, die wir haben wollten, Solar und was nicht alles, läuft alles, ist alles auch da und wir sehen auch so ein bisschen RAM-Auslastung, wir sehen hier auch wie viel Speicherplatz wir haben, die ganze MailCore-Kiste läuft. Auch jetzt für die, die es ganz Hardcore wissen wollen, ja, es ist auch alles schon so weit eingerichtet bei irgendeinem Restart, bei irgendeinem Reboot, alles läuft so weit. Ihr könnt jetzt auch schon E-Mails empfangen, wenn ihr alles einstellt, aber das möchte ich gerne auch in einem gesonderten Video machen, um euch da wirklich einmal MailCore quer zu zeigen, aber bis dahin müssen wir ja sowieso auch noch nachträglich viele weitere Einstellungen machen, damit wir hier nachher wirklich in unseren DNS-Einstellungen hier, DKIM, SPF, DMarkt und so weiter alles einstellen, da kommen wir dann jetzt alles nach und nach. So mal gucken, womit ich weitermache, das war jetzt zumindest erstmal die fertige Einrichtung mit MailCore, sicher irgendwie in der Hetzner Cloud als einzelner Server, wie gesagt, ihr könnt das auch auf anderen Herstellern installieren, Netcap, wie sie nicht alle heißen, OVH, ich mache es jetzt hier einfach, weil es hier auch wunderbar läuft und einfach super flexibel ist. Nochmal, Mail, also hier gibt es einen Ref-Link, dann kriegt ihr 20 Euro geschenkt, wenn ihr das bei Hetzner machen solltet, ich bin kein Partner von denen, also hier Hashtag Werbung oder irgendwie so weiter, oder keine Werbung, wie auch immer, eine Empfehlung, scheiß drauf, egal, funktioniert jetzt soweit, mehr muss man nicht machen, ich glaube, wenn ihr dazu Fragen habt, wie immer, ab in die Kommentare damit oder halt eben auf der Webseite, da gibt es natürlich auch passend zu diesem Thema hier, einen Blogpost. Bis dahin, wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, ciao! Outro